und mein moinzen zu diesem q&a eure fragen meine antworten hatte ja glaube ich zwei community beiträge hochgeladen wo mir fragen stellen durfte und die gehen wir so ein bisschen durch und nicht wundern die liegen hier quasi auf dem boden vor mir wenn ich sie jetzt hier gleich durchgehe haben jetzt keine chronologische reihenfolge oder sowas hat mal zwei drei fragen manchmal vielleicht zu ähnlich zusammengepackt weil sie sich halt ähneln oder so ein bisschen doppeln erste frage ich gehe die auch chronologisch durch fangen wir an mit welchem tabellenplatz schätzt du den vfb ein am ende der saison und da kann ich mir recht leicht machen der rest der frage wird ein bisschen komplizierter ja es wird nicht mehr krass viel nach oben gehen denke ich und auch nicht mehr krass viel nach unten hoffentlich und dann wird das einfach weil ein einstelliger tabellenplatz schön wäre tippe ich mal irgendwo in der richtung von 9 bis 12 oder so wenn man das ist eine ganz entspannte mittelfeldplatz gespielt haben dann machen wir weiter wer steigt ab bekommt die relegation absteiger ist recht klar für mich dass schalke absteigt ja das müsste man ja logisch erklären wie es klappt dass sie es sich noch mal da aufbäumen ja sehr schade für liga wer krasses duell wenn es da ist vorordentlich aufsteigen schalke hsv und zweiten liga das ist auch einfach surreal und dann da unten ist wirklich eng ich nehme mir mal damit es einfacher ist für mich quasi mal hertha augsburg und brem da aus der verlosung so ein bisschen raus weil prima noch nachholspiel gegen bielefeld die auch mit drin sind und kann augsburg hält sich immer irgendwie drin bei berlin ist auch die qualität eigentlich zu hoch wir wissen persönlich aus eigener erfahrung beim vfb das juckt nicht aber eigentlich ist es zu hoch das heißt wir können uns darauf fokussieren was mainz bielefeld und köln machen in richtung 15 16 17 quasi und da ist wirklich bin ich ganz ehrlich bin ich überfragt weil mainz bäumt sich da gut auf bielefeld holt auch die wichtigen punkte diese holen müssen gegen direkten konkurrenten und köln kam spielen auch keinen tollen fußball ich würde fast noch so ein bisschen als überraschung sehen dass vielleicht köln noch ganz runter rutscht dass köln noch 17 da wird und dann bielefeld relegation macht und mainz auf platz 15 zum beispiel so das könnte ich sehen aber auch alles ja schwierig zu bewerten dann machen wir weiter mit champions league euro league wer wird meister ja meister ist glaube ich recht simpel also die bayern werden meister traum und sich vormachen die werden es wieder machen auch wenn leipzig recht nah dran ist aber die werden es wieder machen so einfach ist es und chemins sieg ja die haben ja schon ein bisschen ein bisschen vorsprung deswegen möchte ich jetzt auch da oben mal lassen die frage ob frankfurt es durchhält vor allem aber da würde ich dann auch leipzig bolsburg frankfurt einfach mal da oben lassen mit dem kleinen sensations potenzial gut sensation wäre es nicht mehr aber sind schon ein ticken weiter weg jetzt aber ich kann es mir auch fast nicht vorstellen dass dortmund wirklich mit der euro league platzierung abschließt deswegen sind die vielleicht da oben auch noch mit dabei und dann weil die einfach nicht konstant genug sind vor allem machen es dann leverkusen und kladbach in richtung europa und dann je nachdem was noch runter rutscht macht halt europa dortmund oder macht halt wer anders von den champions plätzen aktuell auch noch die europa league mit genau dann gehen wir zur nächsten frage und dann kommen wir quasi zum ersten block an drei fragen die alles in die ähnliche richtung gehen fangen wir an mit zeit wann bist du vfb-fan das recht einfach also da ich richtig fußballfan wurde quasi auch danach im verein bin und so weiter war es die wm 2006 in deutschland ab da war ich quasi fußball verrückt und ab da auch einfach wegen der nähe und wegen familie weil hier alle vfb fans sind bin ich auch vfb-fan geworden also quasi seit 2006 und seitdem auch nie irgendwie unterbrochen oder sonst was und dann bei welchem spiel war es erstmal in der mercedes-benz arena und kann ich noch von der anderen frage dazu packen quasi und wie war es wenn man ganz korrekt ist war es noch dass gottlieb deiner stand wo ich das erste mal war und da bin ich mir nicht 100 prozent sicher welches dieser spiele es war weil ich habe von beiden spielen tickets kann ich aber vor allem nur noch an ein spiel erinnern und das andere nicht mehr also das erste wäre ein 1 0 sie kurz vor schluss gegen bochum 2006 irgendwann im winter war das glaube ich und das zweite wo ich mich aber noch mehr daran erinnern kann und was ich auf jeden fall zum geburtstag geschenkt bekommen hat und so weiter war 2007 also auch weiterhin in der meisterschaftssaison 06 07 gegen die bayern 2 0 heimsieg zweimal kakao deswegen würde ich von erinnerung her eher aufs zweite gegen die bayern weil wie gesagt ich habe vom ersten spiel auf jeden fall die karte ich glaube ich war da auch drin mit meinem vater aber irgendwie da habe ich keine krassen erinnerung mit dran ans zweite schon natürlich quasi erstes mal richtig stadion da war bombenwetter du schlägst die bayern 2 0 in der saison wo es war auch recht spät glaube ich dass es so dass es aber in den meister wo das natürlich wahnsinniges gefühl aber gut da war ich sieben ihr wisst ja bin 2000er jahrgang so krass jetzt irgendwie das realisieren was da ab ging war natürlich auch nicht da von wegen wie krass mit meister meisterschaft war und so weiter damals waren wir noch gut jetzt lernen das noch mehr wertschätzen was ich da quasi als erste saison die ich so halbwegs mitbekommen habe als fan quasi hatte direkt mit der meisterschaft aber denke kann wahrscheinlich jeder vfp-fan sagen dass erst mal ein stadion kommt ob es jetzt das kognitivar stadion ist oder ob es dann noch früher quasi das necker stadion war oder ob es jetzt die mercedes-pens-arena ist einfach ein geiler ort dann kommt zur nächsten frage wer ist dein idol und warum das ist eine schwierige frage ein bisschen überlegt gehabt drüber ich würde es mal so in drei teile auf weil ich das wort idol so schwierig finde also erster teil was natürlich erziehung werte und so weiter angeht sind es immer die eltern wenn man so eine geile kindheit oder auch weiterhin einfach so ein geiles leben wie bisher hatte ist vielleicht auch mal manchen nicht so was sehr schade ist aber bei mir ist es auf jeden fall so dann sportlich logisch aber früher auch lange gekickt waren es dann immer die vfp-jugendspieler die immer von vom vfp quasi kam ob es jetzt der gommes ist ob es khedira ist ja das selbst mal ein trikot von sebastian rudy immer die ganz jungen der bundesliga spielen konnten und so was so ein bisschen vorgriffen auf eine spätere frage noch aber da vor allem halt immer auch ein khedira eigentlich ist immer quasi nummer eins die bing spieler gewesen und in dritter dritter sicht quasi so von dem was jetzt gerade mache mit meinem youtube oder allgemein journalism schießt mich tot aber eher auf youtube noch würde ich also rein von der authentizität sprühen wir so aus keine ahnung einfach vom vom echt sein von sich nicht verstellen so weiter würde ich da in die richtung von einem gamer prader gehen oder sowas oder von der bindung mit seinen mit seinen leuten die einem zugucken und sowas würde ich da so ein bisschen in die richtung gehen und dann gehen wir zur nächsten frage die da lautet denkst du sie das war mein getuch kann es irgendwann zu top clubs schaffen und ich glaube es irgendwann erübrigt sich sowie da bisher kickt gut mit ausnahme der letzten eins der spiele vielleicht mal so wie wir bisher kick die ganze saison lang könnte es auch schon im sommer soweit sein also ich bin mal sehr gespannt schaffen kann es zu 100 prozent potenzial hat er den passenden vor allem am vfb ja gerade auch was in sachen ausbildung von jungspieler und sowas ja schon immer den ruf hatten deswegen hundertprozentig kommen natürlich dann immer darauf an wie performt er weiter kommt eine dicke verletzung sonst was aber schaffen 100 pro und dann ist halt die frage wie bei vielen anderen auch geht er schon im sommer wie lang plant er mit uns wie lang will er bei uns ihn auch entwickeln bevor er den schritt wagt aber irgendwann wenn es so weiterläuft wie gerade wird er den schritt wagen und wird zu einem top club gehen so hier haben auch einen kleinen fragen block aus so drei fragen fangen mit der an denkst du dass wir das niveau halten können oder sogar verbessern oder denkst du dass wir in den nächsten jahren wieder absteigen und dann quasi hinterher noch wie sie so den vfp spielerisch in fünf bis zehn jahren es geht ja eigentlich in die richtung das hängt hat auch wieder weil es blöde antwort aber es hängt wieder von so vielen faktoren ab haben wir was ich aber nicht glaube ich glaube wir haben wirklich menschen die klug genug sind in der vereinsführung oder vor allem in der sportlichen führung dass wir im sommer nicht direkt vier fünf leute verlieren aber natürlich auch die frage wie viel kannst du beibehalten von den leuten wie bekriegst du sie ersetzt und ja wie performen die weiterhin könnte auch glück sagt so ein one season wonder sein glaube vor allem sehr wichtig über diese zweite saison nach dem aufstieg berüchtigte dass wir die einfach überleben einfach drin bleiben nicht wieder absteigen wie bis dann nach der siebten platz rückrunde von korkut hatten und einfach aufpassen dass du nicht wieder diesen scheiß fahrstuhl mechanismus hast hoch runter hoch runter und dafür ist vor allem einfach diese berühmt berüchtigte zweite saison nach dem aufstieg extrem wichtig glaube wir die wenn wir die überleben auch noch wir haben ja bei allen spielern lange verträge bei trainer und so weiter auch lange verträge dann sollte demnächst im wege stehen dass wir einfach weiterhin eine recht entspannte rolle der bundesliga spielen in drei vier fünf jahren dann kommen wir zur nächsten frage quasi glaubst du an eine erneute meisterschaft des vfb ob das so weit führt keine ahnung ob ich das in meinem leben noch mal sie keine ahnung kann ich ehrlich nicht sagen traum vorstellungen wie einfach du bleibst in der liga spielst nächste saison auch so entspanntes saison wirst zehntter elfter und bis dann vielleicht irgendwann in drei vier jahren wieder in der rolle wo du einfach dann weiß vor der saison okay abstieg wird es nicht irgendwo mittelfeldplatz und vielleicht mal mit ein bisschen positiven ausreißen wieder ein bisschen europa europa wer weiß das war so die traumvorstellung mag da gar nicht in richtung von wie geil das gerade läuft nächstes so trägt sie können die alle halten können weil das wird nicht passieren aber ich denke so was man auf jeden fall sagen kann diese zweite saison nach dem aufstieg die muss überstanden werden und sonst danach ist alles möglich können nicht so wieder ein kompletter einbruch werden keine ahnung ist total schwierig zu sagen aber die hoffnung wäre einfach die nächsten paar jährchen einfach entspannte liga vor sich her zu gaukeln einfach ruhe klub ruhig aufbauen und so weiter mannschaft ruhig aufbauen spieler ersetzen und so weiter und dann sollte nichts im wege stellen so ein bisschen länger liga sind und vielleicht mal wie gesagt mit dem einen oder anderen positiven ausrutscher auch mal nach oben wieder hoffen können dann kommen zu fragen die wir jetzt auch schon öfter angesprochen hatten in den podcasts natürlich großes thema beim vfp vereins etage und so weiter denkst du eine konstruktive zusammenarbeit zwischen hits und vogt ist weiter möglich und er hat es ja schon damals aus dem kommentar so ein bisschen raus gehört damals konnte ich es noch nicht glauben aber weiß noch so frisch war ob ich so ein prozent glauben kann weiß ich auch noch nicht über dieses gelaber von wegen haben uns angenähert konstruktiv hier und da man sollte mein mit normalen kann menschenverständnis normalen umgang miteinander dass das natürlich möglich sein sollte so meine güte reicht euch einfach zusammen deswegen die hoffnung ist ja weil das wäre glaube ich das beste für den vfp wenn die beiden sich einfach verstehen und dann steht ja nichts im wege dass es da weiterhin gut läuft kann es natürlich auch kein hitzes berger und vogt brauchen die nächsten jahre gefühlt wenn vogt irgendwann gewählt werde werden sollte alles noch quasi zukunfts gespielerei mit der mitgliederversammlung und so weiter kann es sich auch nicht brauchen wenn die dann gefühlt drei vier jahre im klub sind und kein wort miteinander wechseln also ich glaube unter normalen erwachsenen männern oder erwachsenen leuten generell sollte das kein problem sein dass man sich da einfach zusammen rafft so dann gehen wir zur nächsten frage wie schätzt du die gesamten die ganzen personalentscheidigungen entscheidungen in ev und ag der letzten tage ein da muss ich auch ganz ehrlich sein bin ich nicht tief genug drin habe ich glaube im podcast auch stark bin ich nicht tief genug drin um alles nach satzung und so weiter und persönlicher lebensweg von den ganzen leuten zu wissen muss meine Meinung so ein bisschen daraus ziehen wie man vor ein letzten jahre gesehen hat und wie man auch ja die fans sage ich mal die twitter leute und so weiter die artikel die alle rauskamen die sich damit wirklich tief beschäftigen ja gehe ich damit dass das erst mal gute entscheidungen sind mit quasi dem vorwand mal gucken wer die jetzt ersetzt die leute was am ende ganz genau rauskommt wir kriegen ja hoffentlich bei den essecon bericht dann auch vorgelegt wir fans und dann auch die staatsanwaltschaft die ihr ding noch tut aber ich denke erst mal ist es nicht verkehrt weil man einfach immer noch dieses faden beigeschmack von diesen ganzen worten wie alt lasten dietrichs und so weiter hat deswegen ist es glaube ich erst mal nicht verkehrt für die fans dürfen natürlich oder wenn man so die listen anguckt quasi auf twitter dürfen noch ein zwei leute mehr folgen mal gucken ob das noch passiert was dafür die die staatsanwaltschaft und so weiter noch alles macht aber ja aus meiner wie gesagt nicht hundertprozent belesenen meinung dazu würde ich sagen passt erst mal mal gucken wie jetzt den verein aufstellst was jetzt getan wird und gut die komplette hundertprozent wahrheit werden wir fans wahrscheinlich sowieso nie erleben aber fürs fürs wohl des vereins und wohl der fans und so weiter scheint das gerade nicht ganz verkehrt zu sein was passiert nächste frage was wäre dein dream team und ich glaube rein sportlich fußballerisch kommst du da gefühlt oder für mich nicht wirklich an diesen basa teams vorbei von so ja dieses 2 9er team war es glaube ich unter gardiola oder auch das 2 15er team was die chemisee gewollt hat mit neymar suarez und messi vorne drin ich gehe jetzt nicht position für position durch aber dann gerne vielleicht quasi so ein bisschen gespickt mit so vfb leuten auf die ich bock hätte sei es ein lehmann hinten drin das war nicht einfach geil dass er bei uns gekickt hat sei es auch ein hitzes berger oder sei es ein gedira vor allem oder das heißt ein gom ist vorne drin so ein bisschen früher lieblingsspieler war lange in hilbert so ein bisschen war sie so quasi das top team schlechthin bisschen gespickt mit ein paar alten vfb legenden quasi die ich die ich immer geil fand aber ich könnte jetzt nicht quasi von position zu position durchgehen weil er wird wahrscheinlich bei mir recht ähnlich sein ob es jetzt in der infanteilung ist ein ramos oder vorne das messi und ronaldo spielen wahrscheinlich bei so ziemlich jedem dream team das gleiche haben natürlich auch früher die ganzen großen legenden nicht spielen sehen wie gesagt ich bin 2000er jahrgang fußball so richtig verfolgt ab 2009 vielleicht keine ahnung weil ich das so richtig gescheit verfolgt habe aber wird mal so das so beantworten sonst kann ich da gerne noch mal irgendwie kommentaren oder so noch mal ausführlicher darauf eingehen oder kommen auch schon zum letzten fragen block quasi letzten zwei fragen hoffe und glaube dass ich dann alle habe aus den zwei community beiträgen können wir sehr gerne noch mal machen so eine aktion wer ist dein lieblingsspieler habe ich wie gesagt vorhin schon ein bisschen vorgegriffen egal ob er noch aktiv spielt oder nicht aktiv muss man einfach gerade sagen greift auch schon nächste frage lese gleich mal mit vor greift ihr auch schon ein bisschen mit ein welche spieler im card welchen spielern im kader liebst du auf dem platz zuzusehen ja also wenn wir mal früher gehen war hilbert langen lieblingsspieler auch gormes und gedira geht halt voll in die richtung von jugend gut hilbert nicht aber kann ich ja gar nicht erklären warum aber hilbert war früher immer so lieblingsspieler von mir auf rechts weil ich auch immer rechts gespielt habe wahrscheinlich deswegen so ein bisschen und immer gedira und gormes und solche leute und jetzt aktuell würde ich sagen da muss man sie lassen nennen kaleidisch auch einfach sympathisch wie sonst was endo macht seinen job unsagbar stabil da hinten Mangala auch wenn wir wirklich beim thema zusehen sind sind wir bei Mangala auch recht weit oben weil der einfach so mit einer dermaßen leichtigkeit übers feld hoppelt und seine technik ist es traumhaft was der mittelfeld macht und dann ja wenn wir so lieblingsspieler gehen oder gerade absolut gerade aktuelle lieblingsspieler geht quasi auch noch so ein bisschen anton hinten drin der da ja mich sehr überrascht hat weil ich war am anfang der saison noch nicht 100 prozent überzeugt von ihm aber jetzt mittlerweile absolute mauer da hinten drin kleine geheimkandidat vielleicht auch von dem nominierung wer weiß aber so wenn man so eine top 3 nimmt ja müssen da immer gedira und gormes und hilbert bei mir irgendwie rein weil die einfach vor allem weil es ja schon länger her sind also müssen diesen legenden status haben so die ersten lieblingsspieler sind immer die die einem irgendwie am längsten im kopf bleiben und aktuell wie gesagt da kann es gefühlt die ganze mannschaft dann auch in sosa finde ich unsagbar geil da hat man sich gerade mal sehr viel auswahl beim vfp was die spieler angeht die aktuelle leistung zeigen so dass natürlich gerne weitergehen bei uns und dann würde ich sagen habe ich alle fragen abgehakt sehr cool dass hier auch so viele fragen zusammen kamen können wir gerne noch mal machen in zukunft so eine kleine fragenrunde wie gesagt wenn irgendeine frage durchgerutscht ist oder wenn irgendwo noch ein bisschen ein bisschen mehr wissen wollt dann schreibt mir gerne in die kommentare und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal